Das beste Verständnis kommt doch, wenn ihr zum Erklärer werdet. Also würde ich eigentlich, wenn wir jetzt hier jetzt einen Kurs vor uns hätten, mehrere Wochen, würden wir auf jeden Fall eine Einheit machen, wo jeder von euch beginnt, etwas zu erklären. So, und jetzt, wo ist das didaktische Konzept, was muss es denn sein? Weiß ich nicht, machen wir doch, probieren wir doch mal, erklärt doch mal einen Bruch. Jetzt holt sich dann, jeder würde sich jetzt sein Handy rausholen und hätte die Aufgabe, erstmal zu erklären, was ist denn ein Bruch. Und dann testen wir einfach mal. Nimmst das Smartphone raus, hältst es hin, Blatt Papier. So, und dann fängt einer an und dann schaust du mal, was passiert aber, welche Neuronen feuern auf einmal. Ich muss mich damit beschäftigen. A, was ist ein Bruch? So, dann fange ich, beschäftige ich mich damit. Und dann muss ich mich auch damit beschäftigen, am besten, erklärt das bitte so, dass mein kleiner Neffe vier Jahre das versteht. Und dann muss ich mich auch noch da hineinversetzen, dass ich es so einfach wie möglich erkläre.